Das macht man ganz am Anfang. Das ziehen wir so rein in den Chat und dann wird gelacht. Am Anfang. Aufnehmen. Schneidung. Intro. Das ist krass. Geil. Das kannst du ja wissen. Ich schneid schon seit 4 Jahren nicht mehr. Intro, was war das nochmal? Moin. Moin meine... Verfluchte Scheiße. Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram. Links unten. Und ich verlassen alle bis auf 9. Bis auf 9? Ja, ich verlassen alle bis auf 9. Mit wie vielen Frauen hast du danach noch Kontakt? Hör immer noch mit 20, weil dann Clash min neue 9. Warum geht China nicht? Was ist das? Warum geht China nicht? Weil die das gesperrt haben? Mann... Ist Kevin wirklich so dumm? Ja, ob ist die. What the fuck, Mann? Ah, scheiß drauf. Das heißt Cheyern. Das heißt Antonio. 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 Ja, gut ausgesprochen. What the fuck. Woher kommst du? No, man kann ich ja in der Republik. Ja? Ja, baby. Der erste Dienstag wäre am Sonntag. Netty, das ergibt keinen Sinn. Dein Gesicht ergibt keinen Sinn. Wer hat dich erlaubt? Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Hallo. Wir haben doch nicht mal alle Tassen im Schrank. So, das Ergebnis stimmt hier. Wie bist du jetzt? Ich würde den Rechen weggehen. Noch mal ganz kurz gern sehen, wie du es jetzt hier... Zieh die Leine! Zieh die Leine! Tick mein Mathelehrer. Jorge, Alexis, Gonzalez, Madrigal, Barona, Vila. Con la chicas y chicos. Ich muss in diese... Wie heißt das noch mal? In diese Laptop... Ich hab so ein Laptop bekommen. So ein A-Pit. Und dadurch machen wir Unterricht. Okay. Jeden Morgen. Vier, fünf Stunden. Ich begrüße sie heute ganz herzlich auf Barbados. Ich begrüße sie ganz herzlich auf den Seychellen. Dann begrüße ich sie ganz herzlich auf Gran Canaria. Jamaica. Katarjena. In den Kühlräumen auf Deck 3. Mal wieder Aida. Abu Dhabi. Heute Down Under. Und ich mag die Banane an dem Mikro. Dankeschön, das ist Willy, die kleine Banane. Weißt du an was sie angelehnt ist? Ich hoffe nicht an eine Bananenplantage. Nein, an die Schwänze von meinen Zuschauern. Ich... Ich weiß nicht. Ich kann nicht mit diesem Untertanen. 29-Jährige nach eigenen Angaben kurz vor dem Abschluss seines Wirtschaftsstudiums, bis er vor vier Jahren im Bahnhofsviertel gelandet ist. Und dann hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, hier anzufangen zu arbeiten. Ja und dann habe ich das mit dem Studieren auch gelassen, weil das sowieso eine Welt war, in der habe ich mich nicht wohl gefühlt. In dieser neuen Welt scheint Claudio seinen Platz gefunden zu haben. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Aber Walter... No, 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 it's okay. Mmh, it's very good. Mmh. Mich hat dann bei der Maria eines gewundert, ich habe dann den, wie wir den Teig fertig gemacht haben, hab ich da mal mit dem Finger rein getan, hab gesagt, willst du mal versuchen? Ja. Und da wollte sie nicht von meinem Finger lutschen. Ach Mann, Alter, so schade, so schade. Wenn ich Vornamen aussuchen hätte können, wie würde ich dann heißen? Was hat er da im Gesicht? Äh, Kevin! Leichte Beute! Yeah! Die Grosche Krabbe präsentiert lebende nackte Scherzbolde! Wer sind Nicole und Elisa? Und als Stargäste die Geister von Bikini Bottom! Das sind meine Maschinen, die reden mit mir. Ich liebe sie. War da gerade ein Krokodil auf dem Boden? Das sind meine Maschinen. Da ist ein Krokodil auf dem Boden. Die reden mit mir. Was? Ich liebe sie. Ich hab sie in... Was? Walberg. Und hier auch. Okay. So. Ich hab kein Problem damit Schniene zu schneiden. Schniene? Äh, Zwiebel... Aua. Mir tut der Penis plötzlich weh. Ich fang nicht an zu weinen. Meinst du bei Zwiebeln? Bei Schnippis heulich, bei Zwiebeln nicht. Verständlich. Ja, ohne Witz. Und ich brauche Kinder, weil ich will eine Milf werden. Das ist das Wichtigste. Ach, Antonia, bitte. That's everything I want to be. Heinzberger? Nichts. ISCHEES Das ist das Wichtigste. Man hat die Weinen. Je ne it. die sich in den Darm einführten, die die Elektroschocks in den Enddarm verpassen. Inwiefern kann man denn hier seinen Darm schocken? Am besten ist er noch mal ausprobiert. Wie heißt Mittelalter in England? Wie heißt Mittelalter in England? In England? Lord? Lord? Wie heißt Mittelalter in England für Playlist? Wie heißt das? Wie heißt Mittelalter? Middle Older? Middle Older. Middle Older? Nee, Middle Ers. Middle Ers. Middle Ers. Middle Ers heißt es. Ich hab's. Middle Ers. Oh, Digger. Und der Urruf hat in der Voice-Tracks, who dat? Wer kauft sich heutzutage noch ne Müller-Milch? Jetzt mal im Ernst. Hä? Wieso gibt's das überhaupt noch? Ist das ein Problem mit Müller-Milch? Oh, jeder trinkt Müller-Milch? Ist das echt noch ein Ding? Ja, was ist das Problem mit Müller-Milch-Milch? Holy Shit, der ganze Chat ist voll mit ich? Das wär so ein Boomer-Ding. Ne Müller-Milch? Das ist ja Wahnsinn, der ganze Chat? Äh, I'm from Italy. Oh, nice. Where are you from? I'm from Germany, du kleiner Bastard. Ha 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 ha. Mmh. Kul wa Allah wa Had. Allah must amend. Lam yalud wa lam yalud. Digger, ich würde einfach Weihnachten. Wa lam yalud wa lam yalud. Hmm. Ähm, kann man bei dir landen? Auf der Stirn mein ich. Findest du die groß? Ja, sag mal, sag mal, findest du die groß? Da könnte ne Boje landen. Findest du die groß? Ja. Okay, das findest du groß, ja? Ja. Nein, das ist größer. Ähm, dann würde ich gar nicht entspannen sehen. Oh, 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 ah, fuck. Also in der Tat spiele ich mir schon das, also relativ oft im Stream am Schniedelwurz rum. Ich manchmal, ganz ehrlich. Aber nicht auf sexuelle Art und Weise, sondern einfach auf Entspannungsplanung. Ja, ja, das stimmt. Einfach mal, das ist wie, das ist wie wenn man nen Hund streichelt und dann hat man was in der Hand, dann hat man was zum Anfassen, das ist warm, das ist angenehm, das ist einfach wie, der liegt dann da so. Der ist dann einfach, der ist dann einfach so, das ist einfach nur, ist einfach nur geil. Also nicht sexuell, sondern es ist halt einfach nur chillig. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt einfach nur ein Dick und den packt man dann halt an. Und das ist sau, sau nice. Ey, Bandi, das entspannt mich einfach. Auch im Bett, Digga, wenn ich im Bett lieg. Ja, ja, ja. Ich hab immer eigentlich eine Hand am Schwanz. Nee, du, sorry, Tipps hab ich keine, weil bei mir läuft er selber nicht, wie du siehst. Ja, ich weiß, dass Sascha sehr freundlich und lief das. Vielleicht geht's rein, Chat. Das sagt die Killregel. Ich kenn ihn doch schon länger. Das ist alles fein. Sascha und ich, wir sind... Ich spiel, mein Sinn. Ich sag, wir sind Freunde. Wir waren schon immer Freunde und bleiben für immer nur. Ach so. Oh, ey. Kuss an ihren. Freunde. Dann liegt ein Kuss an ihren. An's ab. Hier, und mit mir ist einer. Ciao. Schade, schade, schade. Sascha, weg da, weg, raus, raus, raus. Schade, schade, schade. Raus, raus, raus. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wiederschauen. Und reingehauen. Koch, so 5 Gramm. Koch, mir doch den Blas. Riebekarascha.